Ja, und damit wieder herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme Minecraft Infinity Ja, beim letzten Mal haben wir ja hier angefangen den Anbau zu machen Und ich würde sagen, dann machen wir heute auch noch ein bisschen weiter Und wir müssen noch so ein paar Sachen aus dem Twilight Forest organisieren Und es gibt da noch so ein paar Sachen, die ich gerne hätte Ich wollte ja eigentlich jede Rüstung haben Und von den Rüstungen, da gibt es so eine Phantom-Rüstung gibt es da Und die hätte ich eigentlich auch ganz gern Ich überlege gerade, was ich mit dem Zeug hier mache Was mache ich denn damit immer? Ich packe das mal hier rein in die Ender-Chest So Äh Ja gut, das ist die Karte Ja, das müsste eigentlich die richtige Karte sein Äh, ja, dann gehen wir mal los Und dann schauen wir mal Äh, ich hab Ja genau, ich lauf direkt wieder ins Portal rein Sehr gut gemacht, Kevin Sehr gut Äh, ich hab mal so ein bisschen geschaut Und Äh Alter, willst du mich jetzt verarschen? Ich bin doch jetzt niemals In dieses blöde Portal reingelaufen Das heißt, ich mach's jetzt ganz einfach Ich flieg jetzt halt hier einfach weg So, tschüss, du blödes Portal Und zwar müssen wir zur Phantom-Festung Das heißt, wir müssen jetzt erstmal nach Norden Und nach Westen Also wir müssen jetzt zu dem Ding hier Und ja, das sieht man schon Ich hab mir, äh Wegpunkte mal gemacht Damit ich, äh, dieses Phantom schneller finde Ich könnte mich da jetzt direkt importen Aber das möchte ich jetzt gar nicht machen Ja, hier haben wir noch einen Lich King Aber ich glaub, den hab ich schon auseinandergenommen Wollen wir mal sehen Weil es gibt da halt eben noch so ne Rüstung Ich wollt eben halt alle Rüstungen haben Die man, die man so aus dem Twilight Forest bekommen kann Und jetzt noch ne Naga Aber die Naga, die hat schon, ja, die hat schon ausgenagert Also Ja, und selbst wenn die brauchen wir sowieso nicht mehr Wir haben ja da bereits alles Von der Naga Glaub ich Ja, doch eigentlich müssten wir da alles haben Jetzt müssten wir eigentlich langsamer da sein Also hier unten, hier ist das Phantom Direkt unter uns Und jetzt müssen wir erstmal hier reingehen Weil wenn, wenn, dann nehmen wir den regulären Eingang Weil jetzt hier einfach durchbauen Na, das ist Ne, ne Solche Noobs sind wir ja nicht Wir können schon hier ordentlich spielen Sag ich mal Jetzt müsste ich bloß hier mal den Eingang finden Na, da ist er schon Jo, hier hab ich auch Wow, wow, wow Hier hab ich auch die, äh, Naga-Trophäe platziert Ich nehm die mal mit Die Naga-Trophy Und dann, äh, muss ich mal ganz kurz gucken Wo es zum Phantom geht Weil hier ist halt auch jetzt wieder ein Labyrinth Und ach, guten Tag Ich bin tot Ich mach hier mal kurz Na Stimmt So ein Spawner wollte ich mir noch holen Für diese, diese komischen Krabben da Damit ich diese Armor Shards bekomme Weil aus diesen Armor Shards kann man sich, äh, Armor Shard Cluster machen Und die kann man zu diesem Night Metal schmelzen Und aus dem Night Metal kann man sich Nochmal diese, diese Rüstung hier bauen Und diese Waffen Da wollte ich eigentlich, äh, so einen Spawner mitnehmen Oder so ein, ich glaub ich nehm da einfach so einen Spawner mit Ähm, ich geh nochmal ganz kurz zurück Wenn ich dann jetzt hier den Ausgang finde Phantom 2, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin Ähm Ja, ich bin mal wieder super vorbereitet Weil ich brauch dafür ja, ähm Ne, äh, Diamond Dolly Genau, für die Viecher hier Da gibt's ja einen Spawner Irgendwo Ich muss bloß einen finden Ey Hier keine Faxen Ah, weißt du, ich komm mich jetzt einfach mal direkt nach Oben raus Weil sonst such ich da noch Zehn Jahre nach dem Ausgang Und das wollen wir ja nicht Wir wollen ja hier, äh, ein bisschen vorankommen Hä? Jo Bin grad verwirrt So, machen wir hier wieder schön zu Wir wollen ja nicht schummeln, also Weil wenn man hier, wenn man hier, also ich sag mal so Wenn man im Twilight Forest schummelt Dann braucht man's eigentlich auch gar nicht machen Weil einfach so durchraschen, alles kaputt schlagen Das ist eigentlich, ja, das ist eigentlich so ein bisschen langweilig Gut, das hab ich ja beim Urgas gemacht Aber ganz ehrlich, durch das ganze Schloss da durchlaufen Da hatte ich auch ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr drauf Ja gut, sobald ich hier raus bin aus dem Wald Lege ich mal den Turbo ein Jo Ich sag mal draußen Turbo Jo Jo Jo, jo, jo Der Typ backt fest Kommt wieder richtig früh die Aussage, ich weiß Aber naja Ich werde auch nicht allzu lang machen, denn es ist, äh, ja, früher am Morgen Und um 12 Uhr soll ja die Folge schon rauskommen Dann muss ich auch schneiden und rendern Und deswegen wird die Aufnahme nicht gar so lang sein So Was wollte ich genau, ne Diamond Dolly Äh, ich weiß wie ne Dolly geht Eisen Ne Genau so Und ne Diamond Dolly war dann Ja, schon 2000 8 Äh, 208.000 Diamanten Läuft auf jeden Fall bei uns Okay, ich bin ins Portal reingegangen Es war nur zu schnell Okay, da haben wir ne Diamond Dolly Mit der Diamond Dolly können wir ja Spawner transportieren Und da wollte ich mir so nen Spawner für diese Krabbelviecher da mitnehmen Ich hoffe bloß, dass ich da einen finde Aber, ja, was sollten wir eigentlich hinbekommen So, Turbo wieder aus Ey, 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 ey Die Außerung laufen denn die jetzt schon hier draußen rum Ich sag mal was Ähm, ich brauche wieder den Eingang Soll ich den Eingang nicht finden? Na doch, ich find ihn sogar Ja genau, euch meine ich Euch will ich haben Von eurer Sorte Da will ich ein Spawner Ja, aber direkt immer wieder gleich was Neues bauen Eigentlich müsste ich hier drin ausleuchten Aber Wozu? Ich meine, ich habe jetzt Night Vision Und Ich komme sowieso nie wieder hierher Also Bringt das jetzt eigentlich nicht so viel mit dem Ausleuchten Ich suche jetzt mal ganz kurz nach so nem Spawner Immer wieder erstaunlich Wie einfach immer direkt alles tot ist So, gönnen wir uns ein bisschen Hydrafleisch Und du bist auch tot Ja, jetzt bin ich Wow, wow, wow Was ist denn hier los, ey? Der hat mir das Spiel aber böse aufgelauert Also das ist jetzt nicht so in Ordnung gewesen Das hier sieht mir nach einer Sackgasse aus So, jetzt find ich so nen scheiß Spawner nicht Mann, wie ich zum ersten Mal hier in dem scheiß Labyrinth war Sippe ich 10.000 Mal zum Spawner vorbeigelaufen Wollte ich den eigentlich schon mitnehmen Aber hab ich mir gedacht Gut, das magst du in der Aufnahme Jetzt find ich die aber leider nicht mehr Ironwood, okay, das ist Ironwood Das ist Ironwood, das wollen wir ja nicht Da haben wir nur Mist drin gehabt Ähm Ah, da Genau Euch hab ich gewollt Euch komische Viecher Lasst mich doch mal in Ruhe Mach doch mal auf mit der Scheiße Ähm, Twilight Forest Helmet Crab Ganz genau, jetzt haben wir gewollt Dann kann ich die nämlich in meiner Mob Farm spawnen lassen Und dann produzieren die mir hier kostenlos Diese, diese Dinger da Jetzt ist nur die Frage, was mach ich denn damit Ich pack den mal, kann ich den Rucksack Jawohl, passt, perfekt Super, dann muss ich da nix machen So, dann gucken wir mal nach dem Phantom Wie wir denn da hinkommen Nein, das soll schon mal nix Ah ne, hier, zu dem von da hin Müssen wir Da war wieder so'n Bombenleger Da war wieder so'n Bombenleger Hä, haben wir alles kaputt gemacht Äh, Phantom Ne, Phantom 2 will ich nicht Phantom 1 Da Ich mach das mal ganz kurz so Ich tu mal Phantom 2 hier ausblenden Den hab ich mir ja eigentlich nur gesucht Wegen, ähm Wegen der Rüstung Falls die jetzt hier bei dem ersten Phantom Nicht Da sein sollte So, hier sind wir jetzt aber richtig, oder? Fast da Phantom, ja, nur noch 700 Meter Ja, 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 ja Jetzt geh' mal bitte davon weg Ich will mich da jetzt nicht einfach hinporten, ja, ja, mach da mal kaputt. Ja, spreng da alles in die Luft, ist doch nicht mein Zuhause. Kann mir egal sein, was der da macht. Man, das gibt's doch nicht. Ich muss da jetzt irgendwie hier den... ...den scheiß Weg finden. Sonst mach ich das jetzt direkt hier gleich einfach so, dass ich mich einfach hinporte. Na ja, jetzt bin ich doch nicht richtig nah dran. Jetzt muss es doch hier irgendwo sein. Hier, da steh ich ja jetzt halt schon fast drunter, weil das ist hier dieser... ...dieser Raum hier ist es. Und hier ist der Weg, der dann einfach direkt reinführt. Den Weg gehen möchte ich jetzt grad halt finden, weil reinbauen... ...ja, weiß ich nicht. Möchte ich jetzt halt nicht unbedingt machen. Aber werde ich jetzt wahrscheinlich einfach gleich machen müssen, weil ich will jetzt halt hier nicht... ...ja, jetzt ist gleich schon wieder eine Folge rum und es ist mir nichts passiert, außer dass ich hier rumrenne und so einen Spawner gesucht hat. Dann mach ich das jetzt gleich ganz einfach. Warum geht's da einfach rein? Wohl, komm, ein Versuch noch. Hier lang. Immer hier lang. Hier ist Sackgasse. Hier lang. Dann komm. Dann komm. Dann komm. Dann komm. Hm!? Hm? Du musst... Biff. Biff. thornaQ Biff. B Support, brawn. Biff. B Sav Mechanics dice súseanna. Hä? Wo ist denn der Wegpunkt jetz? da Was ist denn jetzt dieser blöde Wegpunkt? Das gibt es doch nicht. Komm hier, ich mach das jetzt einfach so, bevor ich da jetzt hier noch lang rumbau. Hätte ich noch ewig suchen können, hätte ich nicht gefunden. Bevor ich da jetzt noch lang die Map auseinandernehmen, wisst ihr, dann machen wir jetzt das einfach so. So, zack, guten Tag. Ja, 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 mach mal hier keine Fakten hier. Ach du bist oben immun. Ja gut, dann komm mal her. Tschüss. Ach, das wars schon. Ist aber traurig. Einmal Flächenschaden ausgepackt, alles kaputt. Direkt, ach du Scheiße. Ja gut. Dann essen wir hier nochmal Hydra. Lecker, lecker Hydra vielleicht. Jetzt hab ich da die ganze Map auseinandergenommen. Bloß für den blöden Eingang. Aber naja gut, wir haben unser Phantom hier getötet. Jetzt suche ich grad wieder meinen Abfallrucksack. Da ist er. Das ganze Ironwood Zeug, das kann hier eigentlich weg. Da haben wir den Phantom Hellen. Halt ne, die Armor Shards nicht. Die, hallo, die hätte ich ganz gerne. Hat der ganze Mist hier da. Das kann alles weg. Weg, 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 weg. Warte mal, die Iron Bars, die hebe ich mal nur auf. Die könnte ich vielleicht noch gebrauchen. Raw Vision. Okay, das heben wir auch mal auf. Twilight Forest. Ist hier eigentlich noch was, oder ist das nur Deko? Da ist das anscheinend nur Dekoration. Komisch, beim letzten Mal war doch hier noch eine Kiste, nachdem man den getötet hat, den Kollegen. Aber diesmal ist hier irgendwie keine Kiste. Oder mei, das soll ich teleportier mich jetzt mal direkt drüber zum zweiten Phantom. Mal gucken, was passiert, wenn ich den mit dem Ding hier töte.